Warum reden die meisten Menschen in der heutigen aktuellen Zeit über Geldwerte und weniger über Sachwerte? Was denkst du? Das ist relativ einfach zu erklären, Paul. Wenn man draußen und auch die Zuschauer wissen da Bescheid, wir sind ja darauf konditioniert. Geld, 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 passives Einkommen, Immobilien, Gold, tausend Fragezeichen. Die meisten Menschen, die ich kenne, die erzählen immer nur irgendwas um dieses Thema. Einige Kontakte, die ich international habe, die sprechen über dieses Thema hier. Aber das ist alles nur Papier, alles nur Papier, alles nur ein Glaube. Aber warum, das frage ich mich oft, Tobias, warum reden Menschen weniger über solche Werte wie zum Beispiel... Indium ist das. Indium, genau, ich habe fast Indien gesagt, ja. Indium. Wird auch in Indien abgebaut, teilweise. Also, Indium aus Indien. Warum reden so wenig Menschen über so etwas? Also, es heißt Silberwerte. Und warum reden so wenig Menschen zum Beispiel über... Wismut, ja. Genau, Wismut, ja. Wismut gleich Wismut. Also, sehr interessant. Wir haben hier verschiedene Sachen eben gesehen. Und da, Tobias, eine Frage an dich. Warum reden die meisten Menschen in der heutigen aktuellen Zeit über Geldwerte und weniger über Sachwerte? Was denkst du? Das ist relativ einfach zu erklären, Paul. Wenn man draußen, und auch die Zuschauer wissen da Bescheid, wir sind ja darauf konditioniert, Geld zu verdienen. Ja, es hat noch niemand gesagt, hey, möchtest du Gold verdienen? Möchtest du Immobilien verdienen? Ja. Sondern die meisten Menschen müssen ja Rechnungen bezahlen. Auch wir bezahlen Rechnungen in der Regel. Und deswegen ist der Fokus, sein Einkommen zu erhöhen und es wird immer in Verbindung gebracht mit Geld. Ob welche Währung das ist, ob das Euro, Dollar, Yen, Schweizer Franken, spielt ja gar keine Rolle. Und da wir so konditioniert sind auf das Thema Geld, tauschen wir Geld auch in Geldwerte. Und Regel ja. Obwohl ja die meisten Menschen wissen, wenn man sich die Frage stellt, okay, wenn du an reiche Menschen denkst, wo du klein warst, wenn ich dich gefragt hätte, hey, wenn du an reiche Menschen denkst, was glaubst du, was haben die für Besitztümer? Was besitzen die? Was wäre die erste Antwort gewesen? Ganz, ganz klar Geld auf dem Konto, ja. Geld auf dem Konto. Aber wenn man gesagt hätte, okay, und reiche Menschen, mit was verbindest du die? Wo sieht man reiche Menschen? Was haben die? Gut, ich bin in dem Thema Edelmetall schon als Kind irgendwo mit reingeflogen. Also für mich jetzt, na klar, ich hätte gedacht, ja, sie besitzen irgendwo Gold. Sie besitzen vielleicht, machen wir es ja nicht drauf, große dicke Yachten. Sie besitzen viele Autos, ja, als junger Kerle besitzen viele Autos. Und dann ganz klar Aktiendepots, Fonds. Ich bin in diesen Themen schon sehr, sehr früh reingegangen. Ich glaube, ich habe mich mit den Aktien und Fonds schon mit 13 interessiert. Also sehr, sehr früh damals, ich weiß gar nicht, gab es Internet damals schon, ja, mit diesem WLAN, das 10 Minuten Einwahl gebraucht hat. Aber es war für mich immer interessant, wie man von Geld in andere Werte gehen kann. Aber in der Regel, die meisten Menschen, ich glaube, da bin ich ganz bei den Zuschauern, die denken immer an dem, an dem, an Papier. Ja. Am Geld. Und das wird auch der Grund sein, ja, wahrscheinlich, weil in den nächsten Jahren oder auch in der Situation, die wir haben momentan, dass die Geldwerte oder schon immer einfach inflationiert haben. Es gibt ja momentan Helikoptergeld. Oh ja. Ja, Geld wird verschenkt ohne Ende. KfW-Kredite. Das finde ich ganz interessant momentan. Diese ganzen Themen, die Unternehmen, die momentan Schwierigkeiten haben, werden alle geködert mit KfW-Kredite. Ja, und du musst ja, du kriegst ja einen KfW-Kredit für 0,2, 0,3, 0,9 Prozent. Ja, das heißt, du kriegst Geld geschenkt. Du musst ein Jahr nicht bezahlen. Und erst dann, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder sofort tilgen oder erst in einem Jahr und dann halt schneller. Aber das Interessante ist, wenn, die Leute müssen doch verstehen, wenn, wenn du Geld geschenkt kriegst, dass es dann auf keinen Fall irgendeinen Wert haben kann. Definitiv. Oder was würdest du, was verschenkst du denn? Ja, oftmals die Dinge, die keinen Wert haben. Das verschenkt man. Außer wir noch Content, okay. Der Content, der ist für free, aber sehr wertvoll, weil das ist okay. Da sagt man, Mensch, warum geben wir Content? Weil Menschen natürlich sich auch ein Bild machen wollen über die Expertise. Was für eine Expertise hat man selber aufgebaut? Was für ein Value, was für einen Mehrwert kann man liefern? Und dann wollen Menschen natürlich auch vielleicht sagen, ich schaue mir mehr von der Person an oder ich möchte vielleicht Kunde werden oder was ist die Dienstleistung? Aber irgendwas zu verschenken, ja, wir spenden vielleicht mal was. Das ist okay, dass man Geld spendet, weil es ja eh keinen Wert hat. Nur, wenn Geld verschenkt wird, dann muss man wirklich verstehen, das hat seinen Grund. Das hat seinen Grund. Wann hast denn du das erste Mal angefangen, tatsächlich Geld in Immobilien oder in Edelmetalle selber zu stecken? Wie alt warst du da? Ich müsste zurückdenken. Jung. Zu alt fürs Investment, aus Investorensicht aus. Aber recht jung für das, wenn ich vergleiche, mit wie vielen Menschen ich über das Thema gesprochen habe und die wenig davon investiert haben. Ich denke, ich wäre, ich muss 25 gewesen sein. 25? Früher, früher. 23,5, 24. Mit was hast du gestartet? Mit Edelmetalle? Ja, klar. Mit Edelmetalle. Sofort direkt, fünfstellige Summe in Gold und Silber, ja. Okay. Und dann ist interessant bei dir, das sieht man ja auch im Schmuck, du bist ja da ein Fan, das auch gern zu tragen. Aber das sind ja alles Sonderanfertigungen, ja? Wenn man schaut, da so dein Ring hier mit deinen Initialen, das ist ja schon cool. Wo hast du das machen lassen? Hier in Deutschland in Baden-Baden. In Baden-Baden. Okay. Also wenn schon, dann schon, ja. Das heißt, wie siehst du das selber, dass du sagst, okay, das ist für mich einmal ein Schmuck, dass ich was tragen kann, weil es mir Freude bringt. Aber gleichzeitig ist ja auch ein Wertspeicher. In der Tat, ja. Man kann davon ausgehen, wenn man, denkst du, kriegst du heute den Preis wieder, den du bezahlt hast? Oder ist es schon... Das sind fünfstellige Summen, na ganz klar, was ich hier drauf habe. Aber das wäre ich, wenn ich es jetzt einschmelzen lassen würde, auch die Diamanten, dann wäre das, na ganz klar, nicht das, was ich investiert habe. Okay. Aber auch das hat einen Sinn bei mir, das sind Geschenke. Das heißt, das sind Geschenke, wo ich gesagt habe, wenn ich die ersten 100.000 im Monat verdiene, dann gibt es das da hier. Okay. Oder Erinnerungen, oder, oder, oder. Die Geschenke habe ich bewusst gewählt, weil ich auf der anderen Seite dann ganz klar auch in Investitionen getätigt habe, in Edelmetalle. Das heißt, das hier ist nur das, was oben drüber übrig bleibt. Okay. Okay, genau. Also ich habe es ja ein bisschen anders da gemacht. Ich habe ja hier nichts, seht ihr ja. Ich habe nur einen Ring, ja. Ich habe nur einen Ehering. Auch cool, ja. Aber den habe ich ja gut gewählt, 2016. Okay. Das ist Palladium, ja, aber die meisten sagen ja immer, oh, ich will einen Goldring, ja. Oder normalerweise wird ja, wenn man heiratet, die meisten haben Goldträger. In der Regel Gold, ja. So, ich bin, für Investitionszwecke bin ich voll der Goldfreund, aber so schmucktechnisch bin ich kein Goldträger. Dir steht das, mir weniger. Danke. Silber ist natürlich auch ein Thema. Du verschenkst ja auch keinen Silberring, machst ja deiner Frau keinen Anteil mit dem Silberring. Also besteht ja die Möglichkeit, entweder Platin oder Palladium. Und für mich war damals klar, der Palladiumpreis wird sehr, sehr stark steigen. Platin wird nachgeben. Das haben einfach die Analysen gegeben. Seitdem hat sich der Preis dieses Rings vervierfacht. Wow. Seit 2016. Also da bin ich ganz froh drum. Und mein Ziel damals war ja, dass irgendwann die Hochzeit bezahlt wird, nur durch den Ring. Wir schauen mal, ob das klappen wird, ja. Was sehr, sehr interessant ist, was ich so raushöre, ich wünsche es, die Zuschauer hören das auch so raus, ohne dass wir uns jetzt profilieren wollen. Ja. Aber ich glaube, dass das, was wir machen, in der Regel immer einen Plan hat. Definitiv. Ich glaube, aus den paar Minuten, die wir jetzt hier gesprochen haben, sieht man, dass wenn wir Dinge machen, dass wir diese bewusst machen. Ja. Und mit einem Plan dahinter machen. Du hast jetzt gesagt, du hast einen Palladiumring gewählt, mit der Absicht, weil du weißt, ein sehr seltenes Metall, mit einem ganz, ganz guten Potenzial vom Preiswachstum. Ja. Das heißt, wie soll man die Brücke machen? Ich will ja nicht zu viel erzählen, aber grundsätzlich ist es so, dass du ja schon wie viele Jahre im Geldgeschäft bist? Seit 20 Jahren, ja. Obwohl man es mir nicht ansieht. Will ich gerade sagen, ja. Deshalb bin ich vorsichtig mit der Wortwahl. Das liegt daran, dass ich ja mit 15 in den Finanzvertrieb neben der Schule gekommen bin. Du mit 15, ich mit 16. Ich hatte noch keinen Führerschein und man musste mich zu den Terminen fahren, ja. Das war bei mir auch so, beziehungsweise ich habe damals, wir hatten ein Büro in Karlsruhe, das heißt, ich bin nach der Schule aufs Fahrrad gestiegen, habe Flyer verteilt an Autos, bin mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren ins Büro, habe gewartet, dass Menschen anrufen, habe die dann eingeladen, bin heimgefahren, habe mich in meinen, damals, und das werde ich nie vergessen, niemals, ich hatte ja gar keinen Anzug. Also habe ich mir meinen allerersten Anzug gekauft, das war im Modehaus Karl Hiller, sagt ihr noch was? Das war in Karlsruhe, und ich war im Fanshop vom KSC, und da war ein Anzug, also kein Sportanzug, ein tatsächlicher Ausgehanzug dieser Fußballprofis, und der war so schick, dass ich gesagt habe, den müsste ich mir unbedingt kaufen, und der hat damals 600 Mark gekostet. Also 600 Mark war in den 90er Jahren noch ein Vermögen. Das war ein Vermögen. Für die 15-Jährigen eigentlich schon viel zu teuer. Und dann, ich habe meine Mutter überredet, die ist mit mir da hingegangen, und die haben uns schon ganz komisch angeguckt, weil ich war 15 und hatte normale Kleider an, meine Mutter ist jetzt ja auch nicht reich, und dann habe ich gesagt, ich möchte den Ausgehanzug von den Fußballprofis des KSRSC anprobieren, und dann habe ich das Preisch lang geguckt und gedacht, so 600 Mark, und dann wussten die schon genau, das kauft der mit seiner Mutter ja eh nicht, ja, die gibt es niemals aus für den, und dann habe ich gesagt, Mutti, ich baue so dick Business auf, ich brauche den Anzug. Und dann habe ich gesagt, komm, ich gebe dir was dazu, und dann habe ich schon mal ein paar Kräuten da, ich hatte 300 Mark und sie 300 Mark, und dann hat sie mir da den Anzug mitgesponsert, und dann sah ich zumindest mal gut aus. Dann musst du dir vorstellen, so ein 15-, 16-Jähriger in so einem richtig schönen Anzug, aber Anzug allein bringt ja nichts, wenn du dann so ein Hemd hast, so ein normales und so Bauern dreht, aber so habe ich das Business aufgebaut, nämlich abends zu den Informationsveranstaltungen, und damals waren ja alles noch, das waren zwar Fondsgebundene Rentenversicherungen, aber es war ja eigentlich ein klassischer Geldmantel, ja, und die Kostenstruktur der Versicherung war so hoch, dass die Leute damit niemals hätten Vermögen aufbauen können, habe ich natürlich nicht verstanden, ja. Da wurde erzählt, das sind Geldwerte, das sind Sachwerte, alle, hey, klasse, klasse, du musst in Fonds gehen, hey, klasse, klasse, der Fonds hat 18% im Jahr gemacht, klasse, klasse, ja, super. Und wie viel kosten? Ja, 60 oder 70% Kosten in der Polizei. 18% plus und 60 minus, Frage ist, was bleibt über, ja. Weniger, weniger. Und, aber so, das war ja mein Start, ja, wie hat das bei dir ausgeschaut? Ähnlich so, ähnlich so, ich habe, meine Lehrer waren ein bisschen älter wie ich, und die haben mich dann von ANAB gefahren gehabt. Wir hatten ein größeres Büro in Pforzheim gehabt und dort konnte ich dann auf den Bus hochfahren und viel aber auch in Karlsruhe gemacht, das heißt, ich hatte immer Geschäftspartner, die dann schon 22, 25 waren, ich war 16 und dann bin ich mal mit denen mitgefahren. Ja. War eine interessante Zeit, ja, sehr, sehr spannend. Schade darum, ja, wir hatten damals ähnlich, die, es war ja alles noch vor 2004, das heißt, die LVs haben damals noch funktioniert, da konnte man sehr gut noch abdrücken, die Leute haben dann an die Märchen geglaubt. Ich bin ja längst, längst aus diesen Märkten raus, weil einfach da meine Seele nicht dahinter steht, ja. Ich bin viel mehr in die Märkte rein, wo ich aber sagen kann, hast du Silber, hast du Gold, dann hast du immer etwas in der Tasche. Ja, gut, du warst ja auch sehr erfolgreich im Immobilienbusiness, das war ja eigentlich so dein Kerngeschäft am Anfang. Richtig. So haben wir uns ja 2008 kennengelernt. Ja, schon lange, lange her, ja. 2008, 2009 haben wir uns kennengelernt. Und ich denke, die Message, was wir ja einfach rausgeben wollen, ist, dass die meisten Menschen, so wie du es ja gesagt hast, hier, die ganzen Dollars, die ganzen Euros, das ist halt alles, das ist schön, wenn man das hat, aber ich muss ja schauen, wenn ich mein Geld konservieren möchte, wenn ich langfristig was aufbauen will, wenn ich ein inflationsgeschütztes Vermögen aufbauen will, dann muss ich es tauschen, ja, weil mit dem Geldschein, was kann ich machen? Dann gehen wir jetzt heute Abend noch mal was trinken, da ist der Hunni weg. Ich sage immer folgendermaßen, den Geldschein, der muss ja drei Merkmale erfüllen. Von der Bundesbank ist es so, drei Merkmale muss er erfüllen, das heißt einmal, es muss eine Zahlungsmittelfunktion haben, das heißt, ich trinke heute bei dir ein Cappuccino beispielsweise, du bist Gastronom, und dann muss ich damit zahlen können. Funktioniert das mit dem Euro aktuell? Ja, das funktioniert. Noch funktioniert es mit diesem Euro. Das zweite Merkmal, das ist von der Bundesbank auch erklärt, ist, es muss sein Wertmaßstab, muss klar ersichtlich sein, das heißt, da steht jetzt 100 Euro drauf, das heißt, ich kann Waren und Dienstleistungen aktuell im Preis kaufen, im Preis von 100 Euro, das heißt, das ist auch erfüllt. Aber das dritte Merkmal, es muss als Wertaufbewahrungsmittel dienen, das heißt, es muss seinen Wert dauerhaft behalten. So, jetzt konnte ich vor zehn Jahren wahrscheinlich mehr Cappuccinos trinken, mit 100 Euro als heute. Ich konnte eventuell auch besser tanken, mehr tanken. Richtig. Tanken ist ganz schlecht. Aktuell sind die Preise relativ günstiger. Wobei, wenn man vergleicht, zehn oder 15 Jahre, dann dürften wahrscheinlich gar nicht günstiger sein. Aber verständnisvoll ist, was ist denn teurer geworden? Die ganzen Rohstoffe, Metalle, sind auf jeden Fall gestiegen. Alle Dinge, die ich tagtäglich brauche, sind gestiegen. Das heißt, dieses dritte Merkmal ist nicht erfüllt. Und deswegen kann ich mit Geld ja nur zwei Dinge tun. Ich kann Geld eintauschen gegen eine echte Ware. Jetzt sind wir nochmal hier, wenn die Silbermünze, das liegen ja ein paar Euro rum. So, jetzt sind es 600 Euro. Und die kann ich tauschen, beispielsweise gegen ein Kilo Silbermünze. Richtig. Und die Frage, die ich mir heute stellen muss, ist, was will ich in die Zukunft mitnehmen? Wenn ich mich beamen könnte, 15 oder 15 Jahre, was nehme ich mit? 600 Euro oder die Silbermünze? Die Frage ist, genau, in den nächsten 10, 15 Jahre, was bekomme ich dafür? Da muss ich womöglich schon für dieses tolle Stück noch einmal in meinen Safe gehen und muss nochmal ein paar Scheinchen mehr rausholen, um das da zu bezahlen. Deshalb auch hier die Message, die Botschaft, die Brücke dazu. Geld ist nett, Geld ist nice. Die Frage ist nur, was ist das für ein Gefühl, wenn du das da hast? Weißt du, was interessant ist? Wenn ich bei mir in meinen Speicher, in meinen Safe reinschaue, also, das da hier ist kein Problem. Das können wir schnell ausgeben. Da geben wir so ein bisschen Essen, ist das da weg. Da geben wir ein paar Kaffee trinken, ist das da weg. Ja. Na ja, gut. Dann noch vielleicht was zur Miete bezahlen oder sonstiges. Das da hier, das kannst du mir glauben, das tausche ich nicht gegen den Kaffee. Auf keinen Fall. Auch nicht gegen das Essen. Das ist mir viel, viel mehr wert, wie jetzt für irgendeinen Unfug, schnell mal geschehen, mein Silber zu tauschen. Also Fakt ist eins, wenn du dir eine Luxusuhr kaufst, wenn du Edelmetalle kaufst, da überlegst du zehnmal länger, ob du was auflöst oder nicht. Deswegen finde ich, sind diese ganzen Rohstoffe, Metalle, Investments, auch in Sachen, wo man nicht so schnell veräußern kann oder wo der Aufwand, 100 Euro da oder da ist easy. Aber eine Silbermünze wieder zur Schalteranstalt bringen, das ist problematisch. Das heißt, diese Dinge sind ja ein Selbstschutz vor meiner nicht vorhandenen Disziplin. Also deswegen macht euch Gedanken drüber, tauscht Geld in echte Werte, weil damit könnt ihr maximal in der Zukunft noch eure Zimmer tapezieren. Und das sollte einfach heute die Message sein. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung und wir sehen uns im nächsten Video. Richtig.